Viel Wind und Sonnenschein haben dem Ökostrom in Deutschland einen neuen Rekord beschert. Nach Berechnungen des Energiekonzerns E.ON wurden von Januar bis Juni rund 126 Mrd. kWh grüner Strom ins Netz gespeist, 7% mehr als im Vorjahreszeitraum. Den größten Anteil hatten Windkraftanlagen mit 73 Mrd. kWh. Danach folgen Solaranlagen, Biomasseanlagen und Wasserkraft. Im Februar steuerten die erneuerbaren Energien demnach erstmals mehr als 60% zur gesamten Strommenge bei.